Hans Morgenthaler leidet seit vielen Jahren unter Vertauungsstörungen und Magenweh. Dr. Albert Wettstein konnte ihm jetzt eine Diät empfehlen. Jetzt besuchen wir Herrn Morgenthaler. Er hat immer wieder starke Bauchkrämpfe, vor allem in der Nacht. Er war schon wiederholt auf der Notfallstation. Dort hat man festgestellt, dass es entweder ein Reizdarm ist oder etwas zu tun hat mit Verwachsungen in seinem Bauch. Jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Ja, meint, wir lassen ihn raus. Grüezi, Herr Morgenthaler. Grüezi, Herr Ochter. Hans Morgenthaler ist 79 Jahre alt. Gehen wir rein? Ja, gerne. Gehen Sie voraus? Seine Magenkrämpfe plagen ihn fast jede Nacht. Wie das schön leicht ist dann. Können Sie mir noch mal sagen, wie das in den letzten paar Nächten war? Alle Nacht gleich. Alle Nacht gleich. Ich gehe so um 10 Uhr, halb um 10 Uhr, gehe ich ins Bett. Dann gehen Sie also ins Bett, können gut einschlafen und dann? Nach zwei, drei Stunden verwache ich. Ja. Dann fahre ich an. Dann fahre ich an. Dann fahre ich an. Dann fahre ich nach Hause und nehme dann die Schmerztabletten dazu. Und dann hilft sie mir. Dann liege ich da und gehe nicht mehr auf. Forscher in Australien haben festgestellt, dass man gegen diese Reizdarmsymptome etwas machen kann. Nämlich muss man seine Ernährung etwas umstellen. Ich habe Unterlagen mitgebracht, die ihnen das alles erklärt. Es geht davon aus, dass sie in der Nahrung Bestandteile haben, die sie persönlich nicht mehr gut verdauen können. Und die Idee ist, dass man all das, was ich hier rot angekreuzelt habe, weglassen sollte. Gewisse Gemüse, z.B. weisse Böhnchen und solche Sachen nicht. Mh. Den würde ich sowieso nicht gerne. Ja, gut, gut, gut. Aber eben auch nichts aus Weizen. Nicht aus Weizen, nichts aus Rogo, nichts aus Gersten. Mhm. Kann ich das lesen? Das können Sie sicher lesen. Das Rot ist, was sie nicht nehmen sollen, und das Gelre ist, was sie nehmen sollen. Ja, brauchen Sie eine Lesenbrille? Wollen Sie meine? Ich habe eine, ich habe eine hier. Ich habe eine hier. Ich bin nur zu faules anzulegen. Ja, man muss immer die Lesenbrille anzulegen in unserem Alter. Ah! Ohne sind wir hilflos. Ich bin nur zu faules anzulegen. Honig. Honig auch nicht. Auch nicht? Mh. Ich habe so gerne. Verdammt, kein Brot mehr. Dann stirbt man nicht. Nein, nein. Nein, stirbt nicht. Nehmen Sie die Chips? Ja, das wäre eine neue Idee. Das Konfitüre auf Chips reichen. Nein, nicht auf Chips. Das Gelre dürfen Sie essen, so viel Sie Lust haben? Gelre. Und die Schokolade. Schokolade dürfen Sie essen? Ist wahr? Ja, ja. Nein, das macht nichts. Nein, Sie dürfen die Schokolade essen. Und vorgestern hat mir jemand gesagt, die Schokolade sind Gift. Ach, kröse. So, aber sie sind Gift. Nein, nein, nein. Ich soll aufhören mit dem Schokolade. Nein, nein, nein. Und ich habe einen Monat aufgehören mit dem Schokolade. Es war genau gleich. Eben, das ist es ja. Das ist es ja. Jetzt probieren Sie mal alles das Rote weglassen und nur das Geile essen. Und dann würde ich davon ausgehen, dass es Ihnen in ein paar Wochen recht gut geht. Fünf Wochen strikt. Das ist lang. Versagel Immens трờ vorbei. Irgend kann der Hölle Menschen bist. Während sie den D不是 aufgehördением? Vielen Dank.